Hallihallo und willkommen zurück bei Outlaws of the Old West. Hier wurde schon wieder alles zurückgesetzt. Ich habe jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr Outlaws gezockt. Und ja, okay, das Dach hier müssen wir fertig machen. Wir brauchen ganz dringend hier eine Tür oder irgendwas in der Form. Hier glaube ich wäre auch ganz gut, wenn da noch eine Tür drin ist oder ein Tor. Oder irgendwie sowas. Es wird Nacht. Alles wurde zurückgesetzt. Das heißt, wir müssen hier auch die ganzen Sachen wieder farmen, wenn es heller ist. Gucken wir nochmal, was hier so war. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich das Ding hier wieder abgerissen habe, hier diese Treppe. Aber mag mich auch irren. Ich habe zu meiner Schande... Hier ist gar kein Licht drin, furchtbar. Aber zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe die andere Folge jetzt nicht nochmal geguckt. Aber weil ich hier immer so schlecht hoch und runter komme, habe ich sie eigentlich wieder abgerissen. Und wir lassen das jetzt erstmal. Die Frage ist, wir brauchen Licht. Wir brauchen viel davon. So hier, das ist die Segelmühle. Die brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht. Die muss auch rüber, ne? Die haben wir doch jetzt neu gebaut, oder? Haben wir die gebaut? Ich sehe nichts. Warte mal, jetzt gehen wir nochmal rüber. Gehen wir nochmal in die... Genau deswegen habe ich das abgebaut. Das geht gar nicht. Hallo? Ich muss mich immer duken, damit ich hier durchkomme. Das ist ja furchtbar. Das heißt, das müssen wir wieder abreißen. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob die Segelmühle hier drüben ist. Ja, hier. Okay. Kann ich die hier abreißen? Hier ist noch eine Truhe. Hier ist noch eine Truhe. Da können wir eigentlich auch ein paar Sachen reinschmeiden. Hier zum Beispiel Holz. Da kann ich alles rüber. Das brauchen wir alles jetzt nicht. Die Hufeisen. Eins habe ich ja, glaube ich, schon im Pferdchen angesteckt. Bretter. Mackeln sind das hier. Getränke, bla bla, die ganzen Werkzeuge. Lassen wir jetzt nochmal... Aua. Lassen wir jetzt nochmal gucken. Und ich habe vergessen, was auszustellen. Und zwar Discord. Normal mache ich Discord immer aus. Falls da irgendwas... passiert, ist das ein bisschen störend in der Aufnahme. Hoffen wir mal, dass da jetzt nichts weiterkommt. So. Ich sehe nichts. Das ist hier die... Die jetzt auch nichts kaputt machen, was wir nachher noch brauchen können. Nervig. Ich finde es ja echt schön, die Treppe. Aber so... Naja. So, den machen wir schon mal weg. So. Okay. Das heißt hier das Bettchen. Und dann könnte eigentlich auch... Äh. Das geht so nicht. Nein, das geht so nicht. Nun? Okay. Wir müssen auf jeden Fall... dieses Ding wieder entfernen und einfach eine Rampe hochbauen. So. Machen wir auch. Das hier ist ja... die Stoffherstellung. Die würde ich tendenziell... in der Bude lassen. Macht das Sinn? Oder macht es Sinn, alles, was wir... haben, an Werkbänken... die andere Seite zu stellen? Dafür haben wir ja eigentlich auch die Werkstatt, ne? Kiste können wir hier lassen. Der Amboss muss mit rüber. Den habe ich aber, glaube ich, schon gebaut. Nicht müssen wir noch einen bauen. Fisting. Das ist das Kleidungsteil. Dann haben wir hier noch das... ich glaube ich eben schon anvisiert. Und das hier... die Gansmith. Okay. Nervig. Okay. Ähm... Folgendes. Das nervt mich total. So. Das nervt mich richtig doll. So, jetzt machen wir hier nochmal... Ich glaube, wir haben mit dem hier gebaut. Jetzt müssen wir mit dem Ding nochmal ein Dach bauen. Und zwar hatte er... Und zwar hatte er... Bobby eh... Was ist das hier? Äh... Sogar falsch, oder was? Hier ist doch wichtig. Das war das Teil. Oh, ist so, ne? Ach, ich habe doch noch Werkzeug. Äh, ich habe doch noch Materialien. Okay. Und dann brauchen wir noch eine Rampe. Beziehungsweise eine... Treppe. Ja. Gibt es noch eine schönere Treppe? Okay. Gut. Alles klar. Stimmt. Ja, die Ceilings sahen irgendwie kacke aus. Und nicht so wie unten die Foundations, die so ein schönes glänzendes Holz haben. Sieht hier oben alles ein bisschen doof aus. Okay. So, dann machen wir hier nochmal fix so einen Zaun rum. Oder eine halbe Wand. Eine halbe Wand würde auch gehen. Oder wir lassen es einfach. Nein, wir lassen es nicht. So. Auf jeden Fall kommen wir jetzt besser hoch und runter. Können wir nochmal fix überlegen... Ob wir die Sachen einfach hier lassen, bevor wir die drüben neu bauen. Auf jeden Fall möchte ich jetzt dieses Ding hier einmal bewegen. Ach. Stelle dich... Wir müssen dringend Lampen baut. Sieht so schlimm aus. Weil nix sieht. Hier entstelle. Dann falle ich da nicht immer gleich runter. Machen wir hier auch noch eine Bergwahl. Ja, sehr schön. So. Was andersrum. Ja, schön überlappend. Sehr gut. Licht. Ähm... Und super. Hallo? Ach so. Okay, dann halt so. Sieht total kacke aus. Ehrlich. Nee, pass auf. Wir machen das so. Könnt es jetzt bitte mal Tag werden? Wir machen hier noch eine Wand hoch. Oder eine halbe Wand hoch. Ich habe keine Bretter jetzt. Ich habe keine Bretter jetzt. Äh... Das war schon recht. Nee, komm. Ich stelle die da in die Ecke. Ich stelle die da in die Ecke. Ist jetzt hier nicht so flexibel mit dem Hin und Her. So. So, den machen wir hier so ein bisschen hin. Es wird heller. Ich kann das eindeutig sehen. So, was haben wir noch? Brauche ich den ganzen Quatsch. Guck mal fix, ob wir da drüben noch einen Amboss haben. Ich bin da bei der Meinung, ich hatte einen hingestellt. Da war das der Schleifstein hier. Der Schleifstein. Ach, hier. Hier ist noch einer. Okay, okay, okay. So, gut. Dann können wir den anderen abreißen. Hätte, glaube ich, erst überlegt, ob wir den einfach stehen lassen. Ich habe mich dann dagegen entschieden. So. Dieses hässliche Ding will ich aber gar nicht. Aber es ist die ganz mit denen. Will ich die gar nicht in der Bude haben. Und die stellen wir hier hinten in die Ecke. Ist sich echt unflexibel gesteckt. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Schön schief. Ja, wunderbar. So. Ego Perspektive. Was haben wir denn hier noch? Oh Gott, da ist ja auch noch so viel Zeug drin. Okay, okay, okay. Das muss auf jeden Fall rüber. Ja. Ja. Geht noch ein bisschen was? Geht das nicht? Lassen wir mal hier. Aber es macht sogar hochgradig Sinn, die ganzen Sachen allgemein hier. Die ganzen Waffen und so weiter und Klamotten lassen wir allgemein hier. Der ganze Plunder hier, das hier. Alles rüber. Auch. Ich glaube, die Dinger brauchen wir auch für Lampen auf. So, ich packe es aber erstmal rüber. Was kann hier bleiben? Vesalien. Okay. Der kann zerstört werden, der Enwe. Okay, was haben wir hier? Das ist der Kühlschrank. Der Kühlschrank. Direkt hier. So. Wieso höre ich hier immer das Fliegengeräusch, als ob hier irgendwas vergammelt? Wo wir noch rohes Fleisch haben. So. Eigentlich möchte ich... Ich bringe mal das Zeug rüber zu der anderen Kiste. Auf die Jagd nach Banditen gehen. Jetzt machen wir aber erstmal das Dach hier fertig. So. Sword Items. Auto Stack. So. Sword Items. Okay. So. Dann haben wir hier so ein paar... Ich glaube, das nehme ich mit rüber wieder. Leder kann eigentlich auch mit rüber. Okay. Wieso ist dieses Geräusch so furchtbar laut? Ähm. Und ich glaube, wir müssen noch Bretter basteln. Bretter, Bretter, Bretter. Wir brauchen auf jeden Fall noch Bretter und haben auch wieder mal gar kein Holz. Das ist super. Holz. Okay. Ja. Ähm. 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 Kerrant. Wenn der verschwindet, brauche ich auch nicht weiterhacken oder so. Danke nochmal. Also danke auf jeden Fall immer für diese zahlreichen Tipps und Tricks und Kniffe. Lerne gerne aus euren Erfahrungen. Ist das auch... Ähm. Ähm. So, dann lassen wir uns mal den Eisen, äh, das Eisen noch holen. Dann machen wir gleich nochmal ne Runde, wieder total asynchron. Der Schatten, der Schatten ist schneller als ich. Cool. Ähm. Geilts natürlich auch. Guck mal hier, der Schatten. Hoppam. 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 Nett. Nette Animation. So. Die Bäume sind aber jetzt nicht so besonders gut nachgespawnt, wie ich finde. Wesentlich weniger als vorher. Zack. Viele, viele Bretter brauchen wir. Dann mach ich das Dach fix fertig, dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar anständige Türen bekommen. Wenn es dann schon wieder Nacht sein sollte. Ich meine Schrotflinte, ja, die ist auch der letzten Slot, ne? Ähm. Machen wir mal ein bisschen wegen Deko erstmal. Dann will ich nochmal schauen, ob wir genug Munition haben. und wir brauchen viel, viel mehr Lampen. Und wir brauchen viel, viel mehr Lampen. Die drei noch? Habe ich gesagt drei? Ähm. Ähm. Ja, hier war da noch ein Dach. So. Alles abgeholzt hier. Okay. Okay, okay. So, dann machen wir jetzt das Dach. Sieht aber irgendwie auch nicht besonders geil aus, muss ich sagen, da drüben. Aber wir haben zumindest eine Werkstatt. So. Bretter, Bretter, Bretter. Womit habe ich denn das eigentlich gebaut? Ich weiß das gar nicht mehr. Mit dem hier? Wie mit dem hier? Dem Hammer? Da oben ist zwar das Ding hier. Ja, also von der Optik her sollte es das gewesen sein. Brauchen wir hier die Bretterdecke und wir brauchen Eisenbahren und Bretter. Okay. So. Na dann, Feuer frei. Mach mal 100. Erstmal. Eisenbahren. Ähm. Was? Ja, der macht einfach. So, ich brauche ja noch Kohle. Bitteschön. Ne, da ist ja. Da oben ist ja was. Das machen wir da auch mit. So. Ein paar Eisenbahnen hatte ich aber noch. So, okay. Und ein paar Bretter habe ich auch noch. So. Gut. Da habe ich natürlich alles total schief gemacht hier. Das ist super. Das hier jetzt aber so. Ja, schon wieder. Warum will er das jetzt? Hä? Braucht er Support oder was ist jetzt das? So, was ist denn jetzt dein Thema? Was ist denn ein Buggy ist jetzt aber auch? Ich weiß, die haben irgendwie ein Update gefahren. Naja, es fehlen doch Eisenbahnen. Okay, fehlen nicht. Eigentlich eher die Bretter. Wieso nicht? Warum geht das nicht? Hallo? 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 Warum kann ich hier oben das nicht hinbauen? Hallo? 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 Ja? Das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, mal ganz ehrlich, sorry, aber warum kann ich jetzt hier keine Dächer hinbauen? Wisst ihr, warum das so ist? Hier draußen kann ich wieder, aber hier nicht, oder was? Can I place item need support? Consider a pillar or a wall underneath. Hm. What? Ein Pillar? Was genau ist das? Hier sind die Brettpfeiler, glaube ich, ne? Ich weiß aber gerade nicht, wie die Dinger heißen. Brettpfeiler, okay. Ich bräuchte jetzt ein Pillar. Ach, wie fertig, ey, ehrlich. Ähm, ich überlege gerade, wo ich die hinsetze. Hier vielleicht. Hier würde ich jetzt einen hinsetzen. Hallo? So. Was heißt das? Jetzt kann ich... Ja, da muss ich aber ein bisschen Symmetrie walten lassen, sonst verleiht nix hier, ne? Muss ich hier noch, äh, auch einen hinsetzen. Dann mal schauen. Oh, hier, die Keimatte. Ja, super. Hab ich da irgendwo noch Eisen? Ein bisschen. Soll es nicht. So, Bretter sind auch das Problem und nicht. So. Jetzt kommt schon. Ist aber auch wieder spannend hier, dieses Spiel. Ich hätte gedacht, dass die Dinger hier Support geben, diese Rahmen. Aber nee, hab ich mich wohl geirrt. Hier reicht wieder, oder was ist jetzt das? Ach, jetzt komm. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Hier mache ich übrigens denn noch Wände hin, ne? Das ist mir... Das sieht irgendwie kacke aus, so. Also, so halbe Dinger. So. Viel besser. Ernsthaft? Soll ich jetzt hier, äh... Ja, hervorragend. Okay, dann machen wir hier... Ein paar Pfeiler hin. Ritter, Matt. Nee, was fehlt mir jetzt? Ritter. So. Wir brauchen auch Eisen. Jetzt kommen schon einmal noch hier hoch. Jetzt. Der macht mich fertig. Aber jetzt sieht es gleich ein bisschen cooler aus, irgendwie. So ein bisschen... Aber eigentlich eher wie ein Stall, ne? Nicht wie eine Werk... Werkstatt. Aber dann kann man hier noch ein bisschen die Werkbänke verteilen. Das sieht, glaube ich, ein bisschen besser aus. Aber hier vorne muss noch eine Tür rein. Und zwar... So. Eine Tür. Und zwar... Und zwar... Und zwar... Ähm... Wetter. Okay. Hier wäre es aber auch sinnvoll, ne? Gut. Ach du Scheiße, ich bin ja auch ein Depp, ne? Nee, das geht nicht. Jetzt komme ich mit dem Pferd hier nicht mehr raus. Gehe ich da nicht durch. Ich bin so ein Horst. Hochgesprungen? Ach ja. Doch komme ich. Okay. Reinkomme ich nicht mehr. Ah, wenn ich rauskomme, muss ich da auch reinkommen. Oder ist das hier bei Outlaws anders? Komm nicht, ich muss hier rein. Sehr schön. Wo geht's dir eigentlich, Pferd? Du solltest mal ein bisschen was trinken. Lass Ferdinands offen. Jetzt viel Spaß. So. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir ja wieder total viel geschafft. Obwohl, geht eigentlich, ne? Ich mache mal die Türen zu. So. Türen zu. Dann laufen wir nochmal rüber ins Haus und gucken nochmal, womit wir uns jetzt ausrüsten werden. Ich vermute eh, dass es gleich dunkel wird. Für die nächste Folge. Ich sollte mir auf jeden Fall nochmal ein paar Klammern... Wo ist eigentlich das Leder-Ding? Hier den Kompost. Bleibt hier hinterm Haus, genauso wie das Teil auch. Auch hier. Ist gut. Zack. Leder müssen wir auf jeden Fall machen. Dafür brauchen wir... Leder. Gut. Also. Dann gucken wir mal, dass wir uns in der nächsten Folge eine Runde ausrüsten, damit wir dann endlich mal auf Banditenjagd gehen können. Vor dem ich mich ja so lange schon drücke. Und wir müssen Lampen machen. Also. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.